Konnichiwa, meine Freunde! Und heute sind wir wieder da und machen noch ein wunderschönes Unboxing, weil bei mir hat sich ein Haufen angestaut. Mit den guten Alex. Hi! Und wir packen wieder aus eine Anime Loot. Und ich überlasse dir die Ehre, das gute Stück auszupacken und ich nehme es freudig entgegen. Okay. Okay, okay. Wir fangen mit einem richtig schönen Ding an. Zuerst, du zeigst dir selber in die Kamera. Das ist wunderschön. Oh, das ist wirklich geil. Und zwar ein Schweinchen. Und zwar das aus Seven Deadly Sins, wer es kennt. Ich weiß nicht, was ist jetzt für eine... Was kann das? Das kann sich in groß machen. Und alle kaputt machen. Das ist so schwer. Das sieht so aus wie... Hawk, genau. Aber was ist das, ein Eraser? Das ist echt ein Eraser? Das ist eine riesen Radigung. Wie geil ist das denn? Das ist ja mal die coolste Radierung, die ich jemals hatte. Geil. Fett. Ganz fett. Wer mich nicht fett? Hm. Fühlt sich irgendwie so an wie Ton anstatt Radierung. Geil. Sehr geil. Krass. Okay, war schon mal sehr geil. So, als nächstes eine. Oh ja. Schön. Oh nein. Beutel. Oh my goodness. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ja man, ist der geil oder was? So cool. Oh, da werden sich ganz schön viele ärgern, dass sie den nicht haben. Kawaii. 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 Das passt direkt zu meinen Levi's Shirt. Das sehe ich mal so richtig hipstermäßig aus, oder? Hi. Komm mit auf meinen Vlog. Ich bin jetzt in Florida, gerade unterwegs mit meinen Freunden auf meinem Longboard. Ich glaube, das sollte ich wirklich machen. Okay, jetzt als nächstes was richtig, richtig nice ist. Weiß ich, ob ich das noch jemanden toppen kann. Ja, das kann man eigentlich jetzt nicht mehr toppen, aber... Vor allem, ich kann alles reinpacken jetzt, was du mir gibst. Und als nächstes packst du in deine Tüte ein wunderschönes... Oh, das ist auch sau cool. Kon. Ah. Voll cool. Das ist das kackige. Kon ist ein... Das ist, glaube ich, auch direkt der erste Manga. Sogar mit ein paar Farbsachen. Das ist ziemlich geil. Geht um Mädels, die eine Schulband machen. Soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Ich habe den Anime immer noch nicht angeschaut, aber... Mag die Charaktere einfach, weil man käme aus Memes und so weiter. Soll auch sehr gut sein, habe ich gehört. Mach dich bereit. Dann siehst du, was jetzt gibt's da. Ahhhh, was jemand nicht braucht, was keiner braucht. Yeah! Woho! Ich darf es nicht verlieren. Ein Schlüsselanhänger, oder was auch immer das ist. Mit einer Katze von Lootgrade. Jetzt aber wirklich was richtig, richtig geiles. Du darfst nicht gucken. Ich seh's in der Kamera. Du darfst nicht in die Kamera gucken, ey. Du darfst nicht in die Kamera gucken, ey. Eine geile... Das ist so mies, weil ich kann das ja gar nicht lesen. Eine geile Figur. Aber jetzt habe ich es verraten. Yeah! Sehr cool. Was ist das? Nee! Madoka Kaname Figur. Äh, Maki. Ähm, ich habe vergessen, wie es heißt. Magika. Magika, glaube ich. Heißt das Magika? Magika? Ich kann's nicht lesen. Figur. Ihr versteht, was ich meine? Genau. Ich nehme dich weg. Mach endlich auf! 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 Ach so! Das ist was ich brauche! Ja, kauf jetzt auch schon ab. Brauchen wir doch nicht. Wer braucht den Kopf? Soll ich. Aber die kann man jetzt auch noch nicht ausziehen, ne? Das ist so ein bisschen zwiebelmäßig, wenn man sich das mal so einsch... Das sieht ja aus. Wie viele Details die einfach im Rock sind. Das ist einfach... Das ist heftig. Episch. Ich fühle mich so richtig so... Yeah, andere Simulator. Ich habe einen Kopf. Und Arme. Du brauchst die Arme noch. Wer braucht einen Arme? Ich verliere jetzt bloß nicht den Kopf. Nee, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist was wir auch immer wieder tun. Schau mal, was für ein schönes Pades wäre. Ja, auf jeden Fall hier ausgepackt. Schlimmer Sneaker hier. Ja, da sieht man gar nichts. Okay. Ja, es sieht aber mega fett aus. Also kann man echt sagen, echt cool. Die ist echt gut. Die ist echt gut. Die ist richtig nice. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir sozusagen... Ich habe ja aufgepasst, dass ich dir das als letztes erst gebe. Denn da stehen ja sonst alle Sachen. Aber ich bin irritiert. Eigentlich müsste es normalerweise immer noch ein Shirt dazu geben. Absolut. Wie die letzten zwei Mal gar nichts. Und... Sooo... Und? Kawaii... Kawaiiii... Kawaii... Kawaiiii... Neko-Chan... Ohhhh... Neko, 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 Neko.... Da denkt sie auch so, was ist da los? Und hier nochmal das Loot, die Lootbox von innen. Und sie hatte das Thema Besties. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Buddies, Pauls, Partners, Sidekicks. Sehr cool. Ja, das passt sogar wirklich. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Hauspartner Alex. Und schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal. Was machst du in Kurzform? Ich häkle viel und sonst bin ich unterwegs in Nürnberg. Ja, nice. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ich bin auch zu sehen. Irgendwo mal, zum Beispiel beim Lichterfest, Tubefranken. Lichterfest, das ist bald online. Und da sehen wir uns auf jeden Fall. Und auf jeden Fall würde ich sagen, Sayonara, tschau.